hallo mein name ist fossi und heute kommt ein neuer part von ab im extreme hallo und herzlich willkommen zu let's play mit ihm 2 de priors ja wie ihr im intro schon gehört habt heute endlich noch mal ein part ab im extreme und zwar richtig extreme wir haben hier keine achter sachen oder so sondern plus nuller sachen aber hier alles pvp schmuck ich habe einfach mal super viele sachen mitgenommen also wir haben hier 12 sachen insgesamt und ich habe einfach mal für jedes ding auch noch mal die absache mitgenommen falls denn alles irgendwie plus acht klappt oder so glaube ich zwar nicht ihr kennt ja mein abglück aber wir versuchen das jetzt einfach mal ich habe eben beim durchgucken schon gesehen dass das granatanband plus 4 ist ja da dass jemand den laden für zehn kaka verkauft habe ich nichts gegen habe ich mir dann gekauft ne ja die meisten sachen haben wir von truen leveler selber halt von truen öffnen und ich würde sagen wir legen einfach mal los wir werden alles erstmal auf dieselbe stufe bringen plus 1 plus 1 plus 1 also wir werden erst alles plus 1 machen und dann alles plus 2 und so weiter bisher ist es ganz okay aber das halt einfach die frasse weil sonst klappt es nachher nicht so das ist schon plus 4 machen wir das mal ich hoffe euch gefällt wirklich der part denn dort ist hier einiges an kohle was wir jetzt hier verballern also an young man ich bin schon ein bisschen aufgeregt also ich finde für die vorbereitung leute also da möchte ich schon eine bewertung sehen da möchte ich eine bewertung sehen so also bisher schaut gut aus aber das wird sich gleich ändern zu 100 prozent aber wir sind hier natürlich beim besten juwelier von ultimas da ist das erste kaputt gegangen weil ich gesagt habe er ist der beste du bist einfach scheiße junge so seht ihr da klappt das immer beleidigen quatsch das ist schon dann plus 2 ja nachher wenn dann ein paar sachen kaputt sind dann wird das auch ein bisschen flotter gehen aber hier die grünen ohrringe die mit dss wenn die plus 8 gehen würden die würde ich sogar so lassen weil auf plus 9 bringen die nicht mehr also macht keinen sinn die dann noch zu ab so plus 3 ich würde so abfeiern wenn irgendwas plus 9 gehen würde ich meine wir sind ja auch bei new willier da ist nun mal die chance am höchsten ok das nächste ding kaputt 3 ich meine wir sind ja jetzt noch bei den unteren sachen also verdammt ja gut machen wir plus 4 plus 4 ok turs 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 weil dann wird es richtig teuer mit mir die plus und sowas aber davon haben wir natürlich ja genug vorbereitet so nächster armband kaputt nächster armband kaputt ja gut ja so langsam wird es ein bisschen weniger ok jetzt sind wir nur noch bei 5 sachen von 12 und sind gerade mal bei plus 4 da seht ihr die scheiße klappt verdammt scheiße so kaputt oh man ich sehe es kommen kaputt ich sehe es kommen ich sehe es kommen ok geklappt plus 5 immerhin plus 5 komm schon plus 6 gehst du plus 6 tu es oh man leute oh man leute ey scheiße oh ey das darf echt nicht wahr sein 12 sachen wirklich 12 sachen ich meine das war ja schon locker einen wert von 300 400 kk aber das höchste war plus 5 oh man naja immerhin stand die vorbereitung wir haben jetzt auch durchsball perlen verbraucht ist dann natürlich nicht verkehrt aber naja ja ist ein bisschen scheiße also leute ich habe es irgendwie kommen sehen weil wie gesagt ihr kennt mein abglück und so aber naja wenn der stil part gefallen hat und wenn ihr mehr abmex stream sehen wollt dann gebt mir einen daumen hoch schreibt es in die kommentare würde mich auf jeden fall sehr freuen und ja alle social media links wie facebook skype und jetzt auch twitter ja ich habe jetzt auch twitter findet ihr in der video beschreibung und ja das war es von mir wirklich ich habe mir viel müde mit dem paar gegeben auch wenn er jetzt so scheiße ist aber eine bewertung wird mich freuen ich bin raus bis denn grüße fossi parent nicht bald nehmen und wie ja